Die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, lieben uns, manchmal aber nur, wenn wir passendes Fahrgeld dabei haben. Dienstag wurde in Berlin-Reineckendorf ein Vater, 41, mit seiner Tochter, 3, aus dem Bus geworfen, weil er sein Ticket mit einem 10-Euro-Schein bezahlen wollte. Lesen Sie mit BILD+, wie viel Geld die Fahrer laut BVG normalerweise wechseln und wie in so einem Fall auch reagiert werden kann.